Jo Leute, damit willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal und in diesem Video zeige ich euch alle Herausforderungen aus der neuen Woche 6. Mit Abschluss aller Aufgaben gibt es dann hier auf jeden Fall auch schon einen extra Stil für den Wolverine. Genau hier diesen Stil kriegen wir dann für den Wolverine Skin freigeschaltet. Denn wie wir hier lesen können, schließe Herausforderungen von Woche 5 oder 6 ab, insgesamt 10 Stück abschließen, dann gibt es hier den Stil. Alle Aufgaben dazu erkläre ich euch dann jetzt in diesem Video. Beginnen wir auch schon direkt mit der ersten Herausforderung aus der neuen Woche 6 und diese heißt hier Durchsuche Truhen bei Weeping Woods. Hierbei müssen wir dann 7 Truhen durchsuchen, wie gesagt in Weeping Woods natürlich. Diese Aufgaben mit den Truhen gibt es ja wirklich jede Woche, da muss man aber gar nicht viel zu sagen. Einfach am besten in den großen Häusern landen und dann hier die Truhen ganz schnell durchsuchen. Hier haben wir gerade gesehen, gab es eine Truhe, daneben gibt es hier direkt eine zweite und dann hier unten in diesem Raum gibt es sogar hier hinten noch direkt eine dritte. Also hier in diesem Haus gibt es direkt drei Kisten, die man schnell erreichen kann. Ganz am Ende gibt es sogar hier noch eine vierte Kiste. Direkt vier Kisten, easy hier in diesem Haus. Also muss man gar nicht viel zu sagen. Am besten in die Gruppenkeile gehen, bei Weeping Woods landen und dann die ganzen Truhen durchsuchen. Für die Aufgabe gibt es dann direkt 25.000 XP. Aufgabe Nummer 2 aus der Woche 6 heißt hier Eliminierungen bei Misty Meadows. Hierbei brauchen wir drei Eliminierungen und ich glaube da muss man gar nicht viel zu sagen. Einfach mal hier bei Misty Meadows landen und dann versuchen schnelle Kills zu machen. Geht hier am besten in Solo-Runden hin, versucht schnell Waffen zu bekommen und dann die Leute zu eliminieren, weil hier wird dann in der Woche definitiv sehr viel los sein. Für die Aufgabe gibt es natürlich direkt 25.000 XP. Herausforderung Nummer 3 heißt hier Sammle Stein bei Coral Castle. Hierbei brauchen wir 300 Steine. Coral Castle ist natürlich auf der Karte links oben. Hier müssen wir hingehen. Und das Gute an Coral Castle ist, dass hier so gut wie alles aus Stein ist und ich kann dafür einfach nur empfehlen, landet mal hier bei den Steinen, die hier außen drumherum sind, weil die geben meistens wirklich sehr sehr viel. Ich gehe jetzt einfach mal genau hier hin und dann bauen wir hier den dicken Stein ab und mal gucken, was der hier so gibt. Wie wir schon sehen, wir haben jetzt knapp 100, sogar 110 haben wir dazu bekommen. Wir haben 116 Steine durch einen so dicken Stein, das heißt, somit ist schon ein Drittel der Aufgabe fertig. Baut also am besten hier drumherum diese dicken Steine, die hier rumliegen, einfach ab und dann kriegt ihr die Aufgabe wirklich ganz schnell hin. Dann müsst ihr auch nicht hier mitten bei diesen Gebäuden landen. Landet einfach mal außen drumherum, baut die Steine ab und so habt ihr die Aufgabe ganz schnell fertig und somit direkt weitere 25.000 XP. Okay, Aufgabe Nummer 4 heißt hier, verbrauche einen legendären Fisch. Das Ganze müssen wir einmal machen und ich glaube, das Ganze ist auch selbsterklärend. Holt euch einfach von irgendwo eine Angel und geht dann einfach mal angeln. Macht das Ganze auch am besten in der Grubenkeile irgendwo am Rand der Karte. Ich kann hierfür definitiv Quacky Cliffs empfehlen. Hier in diesem Gebäude gibt es sehr sehr viele Angeln und versucht dann einfach mal am besten hier eine Profi Angel zu finden, weil dann kriegt ihr auf jeden Fall schneller einen legendären Fisch. Insgesamt gibt es auch nur drei legendäre Fische, einmal den Midas Zappler, den Vendetta Zappler und den Infrarot Zappler. So, hier kam gerade eine Profi Angel raus, die nehme ich mal direkt. Und dann geht ihr einfach mal hier am Rand der Karte irgendwo ans Wasser und versucht dann hier einen legendären Fisch zu angeln. Ich denke mal, die Aufgabe sollte mit einer der leichtesten sein. Wie gesagt, am besten in die Gruppenkeile gehen, dort habt ihr dann auch mehr Ruhe dafür. Und ich versuche jetzt mal hier vorne direkt einen legendären Fisch zu fangen. Gucken, ich denke mal, das sollte auch nicht so lange brauchen, weil wir in der Profi Angel haben die da auf jeden Fall die bessere Chance für. So, jetzt mal gucken, was haben wir hier. Ah, da ist der Infrarot Zappler. Ich zeige es nochmal ganz kurz hier. Das ist ein legendärer Fisch. Wie gesagt, drei Arten gibt es und die müsst ihr einfach nur verbrauchen. Einmal benutzen und dann ist die Aufgabe schon fertig. Müsst ihr einmal nur machen. Sehr, sehr leicht. Wie gesagt, am besten nach Quaggy Cliffs gehen. Hier gibt es sehr viele Angeln und auch viel Wasser. Damit kommen wir auch schon zur nächsten Aufgabe. Und die wäre hier Verbrauchersofortgegenstände bei Holly Hedges. Zehn Sofortgegenstände brauchen wir hier. Ich zeige euch davon jetzt mal direkt alle Orte. Und zwar hier vorne bei dem blauen Haus sehen wir schon, hier gibt es jede Menge Kohl. Die kann man hier aufsammeln oder direkt verbrauchen. Wichtig ist dafür aber, ihr braucht da ein bisschen Kondition weniger, weil wir sehen, das können wir nur verwenden, wenn die Kondition nicht voll ist. Hier gibt es auf jeden Fall Kohl. Ist dann auf der Karte in Holly genau hier. Und direkt in diesem Haus gibt es auch eine Box mit Sofortgegenständen. Die sehen wir hier. Können wir hier durchsuchen. Dann kommen wir nochmal zum Beispiel Chilis raus. Die können wir direkt essen. Würden dann auch direkt zählen. Von hier aus könnt ihr auch direkt mal ins große Gartencenter gehen. Dann gibt es hier nämlich auch eine Box, die wir hier durchsuchen können. Hier sehen wir direkt zwei weitere Gegenstände, die wir auch hier benutzen können. Auf der Karte dann wäre die Box genau hier drin. Ein Stück weiter außerhalb von Holly gibt es hier auch noch das Haus. Und in diesem Haus gibt es auch noch eine Box. Einmal hier reinrennen. Dann sehen wir schon hier die Box, die wir auch hier durchsuchen können. Auch hier gibt es direkt wieder Sofortgegenstände. Und dann gibt es auch hier bei dem Haus noch einen Garten, wo es auch hier wieder Kohl gibt, den wir hier direkt verbrauchen oder aufsammeln können. Wäre auf der Karte ganz genau hier unten bei Holly. Und dann gibt es von hier aus direkt in diesem Haus auch hier noch eine Box drin. Die zeige ich auch mal direkt. Einmal hier reinrennen. Hier ist die Tür. Hier geht es dann rein, rechts rum. Und dann gibt es hier direkt noch eine Box. Auch hier wieder mit Sofortgegenständen. Ist auf der Karte dann hier in Holly. Dann gibt es zu guter Letzt auch bei dem gelben Haus hier im Garten hinten nochmal Kohl, den ihr hier verbrauchen oder aufsammeln könnt. Wäre auf der Karte hier. Mit Abschluss der Aufgabe gibt es dann auch wieder weitere 25.000 XP. Aufgabe Nummer 6 heißt hier, gelange mit einer Seilrutsche von Retail Row nach Steamy Stacks. Müssen wir einmal machen. Und hier gibt es ja eine riesige lange Seilrutsche bis nach hinten zu Steamy Stacks. Und diese müssen wir verwenden. Die Seilrutsche fängt hier ganz am Rand von Retail Row an. Ich zeige es mal ganz kurz auf der Karte. Und zwar hier oben. Hier fängt die Seilrutsche an. Baut euch einfach mal ganz kurz mal hoch und springt dann direkt hier ran. Und dann können sie die verwenden. Hier gibt es auch immer so ein paar Zwischenstops, so Waffen rumliegen. Hier könnt ihr aber direkt weiter an die nächste Seilrutsche. Und wie wir sehen, können wir dann immer weiter zum nächsten Zwischenstopp hin. Am besten macht ihr das auch in der Gruppenkeile, weil sonst die Leute auf euch schießen werden. So, auch hier wieder an die nächste Seilrutsche springen. Es kann auch ein bisschen länger dauern. Ich glaube, die Aufgabe, da braucht man schon ein, zwei Minuten für. Weil wir sehen, das ist auch wirklich sehr langsam. So, von hier aus direkt wieder an die nächste ran. Immer so weiter. Immer wieder an die nächste Seilrutsche dran springen, bis wir dann endlich ins Team angekommen sind. So, von hier aus auch wieder dran springen. Und dann haben wir es gleich geschafft. So, der letzte Zwischenstopp hier. Und von da aus geht es jetzt endlich nach Steamy Stacks. So, und dann wäre die Aufgabe auch schon fertig, wenn ihr angekommen seid. Wie wir sehen, ist auf jeden Fall ein bisschen länger die Aufgabe. Da braucht man ein bisschen mehr Zeit für. Aber ich denke, auch das sollte in der Gruppenkeile easy gehen. Und dann kriegt man hier auch weitere 25.000 XP. Wie gesagt, das Ganze fängt in Retail Row genau hier an. Geht dann hier diese lange Strecke bis nach Steamy Stacks. Und nach dieser sehr langweiligen Aufgabe kommen wir auch schon zur nächsten Aufgabe. Diese wäre hier, verursache Schaden, nachdem du einen Gegner mit Black Panthers kinetischer Schockwelle weggestoßen hast. 1.000 Schaden müssen wir machen. Dafür gibt es dann 50.000 XP. Ist also eine Teamaufgabe. Und für diese Aufgabe gehen wir am besten hier in einen Marvel Modus. Ich empfehle dafür einfach mal Marvel Konfrontation. Da gehen wir direkt mal rein und ich zeige euch dann, was die kinetische Schockwelle von Black Panther ist. In diesem Modus wird auf jeden Fall mit Fähigkeiten gekämpft. Und diese Fähigkeiten werden auch auf der Karte verteilt. Und wir brauchen jetzt Black Panthers kinetische Schockwelle. Das ist ganz genau diese hier. Hier können wir sie sehen. Ich zeige es nochmal ganz genau. Black Panthers kinetische Rüstung. Diese nehmen wir auf. Und dann müssen wir gleich die Taste davon drücken bei einem Gegner. Und ihm danach Schaden zufügen. So hier vorne ist ein Gegner. Den werde ich jetzt hier erstmal wegschleudern. So jetzt kriegt er auch Schaden. Und jetzt müssen wir ihn angreifen. So müsst ihr ihn jetzt 1.000 Schaden insgesamt machen. So wie ich es gerade gemacht habe. Einmal ihn wegschleudern und danach draufhalten. Ich zeige es nochmal hier vorne bei ihm. Ich drücke jetzt hier die Taste. Und dann kriegt er hier auf jeden Fall gleich diesen Rückstoß. Und dann müsst ihr ihn Schaden zufügen. So einfach geht die Aufgabe. Wie gesagt einfach in den Marvel Modus gehen. Und das dann hier einfach machen. Kann auf jeden Fall was länger dauern. Ihr braucht halt wie gesagt 1.000 Schaden. Und dann kriegt ihr hier auf jeden Fall 50.000 XP. Ist ja auch eine Teamaufgabe. So und das war es ja auch schon mit allen neuen Aufgaben aus der Woche 6. Lasst gerne mal einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch schon im nächsten Video. Bis dann und ciao.